Was machen wir denn mal zuerst? Zuerst Sandsecker, sonst vergesse ich die schon wieder. Das heißt, wir ploppen einfach irgendwo... Was ist hier los? Ja, das sollten wir ändern. Ich weiß noch nicht wie. Ach, grünes Ärmchen, grünes Ärmchen. Du nimmst bitte nur welche, wenn wir weniger als 20 davon in irgendeinem System haben. Und hier liegen gelbe Akkus rum. Das sollte ich aufheben. Und wir beschränken dich auch auf. Okay, und die Sandsecke. Du da, du da, du stellst bitte her... Unter was für vielen Sandsecke. Da geht der Milie. Ja. Stopp. Wir hatten eben gerade... Wir haben in der letzten Folge irgendwas mit Sand gemacht gehabt. Das weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr was es war. Äh, da ist Sand. Und... Ach, wir hatten so eingestellt... Ah, genau. Das Glas. Okay. Okay, okay, okay. Ähm... Und das ist nicht gut. Wir brauchen 20 Sand für einen Sandsack. Also mache ich das von Hand. Das heißt, wir fordern hier nichts an. Ich stelle einfach nur von Hand das ein. Das heißt, wir machen das so. Wir machen das so. Und dann passt das. Ja. Viel besser. Okay. Und dann brauchen wir aber noch eine Fabrik, die... Dingens herstellt. Ähm... Dingensbumens. Ihr wisst schon. Die Mauern selber. Also hätte ich gerne eine Fabrik. Allgemein hätte ich gerne alle Fabriken hier so ein bisschen auf Tasche. Und gib mir mal alle Davon, die du hast. Und gib mir mal alle Davon, die du hast. Während die angeflogen kommen kann ich nichts machen, weil die schon da sind. So. Du baust bitte... Direkt von da... Das da rein. Und stellst für mich die da her. Dafür brauchst du auch noch Holz und... Stein. Das ist kein Holz. Sieht nur aus wie Holz. Das ist kein Holz. Ähm... Und dann noch irgendwie... Ich... Ich... Das ist alles ein bisschen durcheinander hier. Aber ist okay. Du... Da... So. Wir werden wieder angegriffen. Das ist okay. Das will ich auch gar nicht verhindern, weil momentan kommen wir noch klar. Und die mutieren weiter und dann kommen bald Königinnen. Und soweit Königinnen da sind, passt das schon alles. Natürlich muss ich in der ganzen Zeit über auch die Waffen mal erforschen und so weiter. Aber ich... Momentan ist alles noch gut machbar. Das heißt, du hättest jetzt ganz gerne Stein... Und... Holz. Richtig? Ja. Stein und Holz. Und beschränk dich mal bitte auf... Ja, ruhig mal schon mehr. So. Also wir müssen nur noch Sand da hinten hinbringen. Und mach das mal weg und das mal weg. Also ich könnte das mit dem Smog ein wenig einschränken, damit die Basen nicht durch den Schnüffeln und durch ihn angreifen. Aber ehrlich gesagt, das ist eigentlich ganz schick mit den ganzen Dingern da. Aber wir können jetzt schon lila Forschung machen, wenn wir Bock drauf hätten. Zum Beispiel... Die hier. Nochmal mehr tragen. Oder nochmal mehr Geschwindigkeit. Oder halt die da. Ja, mach mal die. Go. So. Und ich hätte gerne hier alles an Sand was fasst. Wobei das jetzt nur 30 Mauerstücke oder so sind. Wir brauchen ja 20 Sand für einen Sandsack. Und eventuell mehrere Sandstücke für Mauerstücke. Also ja, das war echt nicht viel. Aber sobald sich da eine Menge eingesammelt hat, bringe ich das von Hand hier hoch und dann fasst das schon irgendwann irgendwie. So. Die da würde ich gerne projizieren. Und ich würde ganz gerne mehr davon herstellen. Und ich würde ganz gerne... Gleich einen Blick auf die... Ressourcen werfen. Allerdings sollte ich nicht immer das machen, was ich gerne möchte picken gerade ein. Sondern mich daran erinnern, was ich noch alles vorher machen wollte. Nämlich zum Beispiel die Sache mit der Kohle. Dass wir die Kohledinger nach da oben schieben. Kommt ihr klar? Na ja, kommt klar. Sehr toll. Auch wenn ihr noch alte Türme seid. Ja, neue Türme bauen wir auch noch so eine Sache. Und wir müssen echt die Chunks abbauen. Ja... Ja, das müssen wir. Okay. Das Ding müssten wir jetzt oben aufbauen. Ich hätte ganz gerne einen kleinen... Warum arbeitet ihr nicht? Ich kann das hier nicht abreißen, sehe ich gerade. Wenn ich das jetzt hier abreiße, haben wir innerhalb von ein paar Minuten keinen Strom mehr. Ah, okay. Das heißt, ich brauche... Sagen wir mal... Acht Pressen. Vier Crusher. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche mehr Eisen. Ja, vordere mal mehr Eisenplatten standardmäßig für mich an. Bitte. Ist okay. Danke, die Eisenplatten. Mehr P's. E. P. E. Bauen wir es aber komplett neu da oben auf. Und sobald es oben steht, können wir das da unten abreißen. Und du hast keinen Brennstoff. Das ist nicht lustig. Auch da. Das ist schon gleich fertig, sehr schön. Also, wir können gleich die besseren Roboter bauen. Also, die noch, noch besseren Roboter bauen. Was braucht man für die nächste Stufe? Silikonitrit und blaue Dinger. Ne, das ist mir zu viel. Ja, ja, ne. Gut. Was als nächstes? Puh. 750. Das könnte ich mir schon fast leisten. Aber brauche ich nur so halbwegs. Lieber mehr Laser Turret, Shooting Speed, Laser Turret Damage. Weil das brauchen wir ja auch später für die Topaz-Türme. Ja, ein bisschen auf Verteidigung gehen kann nicht schaden. Was ist mit Rhythmus? So, da bist du. Eine Inva-Kopal-Steel-Rüstung. Rüstung, genau. Titanium-Keramik-Rüstung. Richtig gute Prozentwerte. Also, was Schadensreduktion angeht. Warte mal. 7, 15, 8. Ja, in allem besser. Prozente 30, 30, 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30. 35, 40, 35. Ja, und kostet fast nix. Kobalt haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon herstellen kann. Oh ja, mach mal. Ist ein kleines Upgrade. Warum nicht? Also ja, warum nicht, weil ich eigentlich was Wichtiges machen sollte. Ah, okay. So. Jetzt auf zur Kohle. Da muss ich erstmal ein schönes Fleckchen suchen, wo ich das basteln will. Eigentlich einfach hier. Also ja, das hier wird ja eh alles später mal flach. Alien-Lampen. Alien-Lampen. Blup. Blup. So. Habe ich noch ein... Nein, habe ich nicht. Oh, hatte ich doch. Blup. Das hier kann ich jetzt nicht auffüllen. Ah ja, hier haben wir auf jeden Fall jetzt definitiv genug Platz. Wobei das hier schon fast reichen würde. Vielleicht muss man bedenken, die Akkus gehen auch bis hier. So. Dass es jetzt regnet, ist schon mal nicht gut. Das heißt, wir haben eventuell gleich wieder ein Stromproblem. Ah, ist okay. Okay. Hier können wir hinbauen. Glaube ich. Also das wären 4 Crusher. Wo sind die Crusher? Cs. 1000 Cs. Ja. 1, 2, 3, 4 Crusher. Dann 1, 2, 3, 4 davon. Und 4 davon. Ja. Brauche also einfach nur Strom. Bauen wir jetzt erstmal den hier hin. Weil wir werden eh nicht mehr lange mit denen hier arbeiten. Hier kommen ja bald überall diese tollen neuen riesen Reichweiten, die da hin. Mhm. Einen Conduit kann ich nicht bauen, weil... Kann ich bauen. Wollen wir mal. So. Jetzt bräuchte ich nur das ganze ein Feld. Höher sehe ich gerade. Weil wir hier unten sonst kein Fließband hinbekommen. So. Dann machen wir das hier weg. Wir drehen dich um. Äh. So. Läuft da rum. Gut. Du. Da langt das hier weg. Das da. Rot. Das da. Das da. Das da. Rot. Das da. Rot. Das rot. Knick. Hier. So. Und jetzt kommen die vier Cs. Eins. Zwei. Drei. Vier. Mit. Ämmchen. 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 Ich hab ne Kleinigkeit vergessen. Hier sollten ja eigentlich auch Solarpanels hin. Und Akkus. Ach. Pfuh. Mh. 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 Später vielleicht. So. Du. Also momentan machen wir das Solarpanel Akkumuster nur an der Vesta dann an der Nordseite. Später müssen wir mal gucken wegen Umbau. Aber. Immer nur langfristig denken mag ich grad nicht so. Mach ich halt gemein nicht so. So du. Mach's bitte das da. Düm 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 düm. So. Du. Das da. Düm 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 düm. Und du das da. Düm 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 düm. Das kommt dann alles. Nicht drum. So. 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 Ja. Gleich. Ich hab kein Wärme mehr. Kommt alles mit Strom. Habe ich noch ein Lila Ämchen? Vorher mal ein Lila Ämchen. Da. Und wenn nicht dann. Wow. Eins. Kannst du nicht. Kein Lila Ämchen. Kein Lila Ämchen. Äh. Tue alles mal in ein Fließband. So. Und dann tust du das hier unten in die Kiste. Und zwar mit nur so einem. Und so einem. Und der geht da unten rum. So. Das sollte dann reichen. Okay. Das heißt das arbeitet so weit okay. Du kannst weg. Ähm. Wir brauchen viel viel mehr Akkus. Viel viel mehr Akkus. Und viel mehr davon. Damit ich mehr von den. Wie heißt es denn überhaupt. Auch viel Power Stations bauen kann. So. Geh mal zurück. 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 Schön. Was ist eigentlich mit den neuen Robotern? Die Lila. Titan. Platten. Und grüne Chips. Titan. Sollten wir doch eigentlich haben. Oder? Ja. Da ist Titan. Geh mal Titan. Okay. Grüne Chips. und Batterien brauche ich auch noch, gib mir bitte mehr Batterien, so und grünen Schuss von hier unten, was fehlt euch? Gold, Gold fehlt euch, ähm, ähm, okay, es führt kein Weg mehr da vorbei, ich brauche endlich meine Adai-Picke, da haben wir nicht, denn erforscht die Adai-Picke, da, ich will meine Adai-Picke, go, gut, das ist das auch in Arbeit, was noch, ich wollte Sandregel von unten holen, ich wollte das hier abreißen, weil wir es jetzt ja nicht mehr brauchen, dann muss ich nur noch dafür sorgen, dass hier irgendwo eine Kiste hinkommt, die wird erfüllt werden, das heißt, ich mache einfach aus dem Ding da, sammle das mal auf, ich hole das mal alles da rein, damit du klappst, mache einfach aus dir so eine Kiste, die davon ganz gerne immer 100 oder so hätte, das ist da, wo versteckt ihr euch? So, das Jogi-Kram, mhm, hier, 250 davon, ist ein Haken, weil ja mach mal, und du, genau so, so, ja, Schrift rechts, Schrift links, alles einsacken, alles wegmachen, und die werden alle weg, so, so,